Die Marke TCS – Positionierung und Corporate Design Der Touring Club Schweiz verfolgt eine Dachmarkenstrategie. Das bedeutet, dass die Leistungen des TCS unter der Marke TCS geführt werden. Diese Strategie stärkt die Marke TCS. Dazu gehört auch die konsequente Umsetzung des Corporate Designs des TCS, sodass der TCS in allen Medien und Veröffentlichungen leicht wiedererkannt wird. Was braucht es dazu? Die zentralen visuellen Zutaten des Corporate Designs sind die Primärfarbe Gelb, das überarbeitete TCS-Logo, das TCS-Layout mit der markanten Schräge, die TCS-Bildwelt sowie die TCS-Typografie. Wie setzen sich diese TCS-Gestaltungselemente nun zusammen? Man nehme zuerst ganz viel Gelb. Gelb ist die Primärfarbe des TCS. Gelb ist die Bühne, auf der alles Weitere kommuniziert wird. Gelb steht für das Flaggschiff des TCS, die Patrouillenfahrzeuge und für die Repositionierung des TCS im internationalen Umfeld. Blau dient daneben als Sekundärfarbe und wird zur Strukturierung von Diagrammen und Grafiken verwendet, während Purpur als Signalfarbe für Aufrufe des TCS verwendet wird. Als nächstes nehme man das TCS-Logo, selbstbewusst und prominent inszeniert. Die im Logo enthaltene Abkürzung TCS ist in der Schweiz gut etabliert. Das Logo hat sich stetig weiterentwickelt. 2011 wurde die Plastizität des 3D-Logos verbessert. Und wo genau gehört das Logo hin? Hier, in seinen sogenannten Schutzraum in der linken oberen Ecke des Dokuments. Des Weiteren nehme man das TCS-Layout. Das Layout-Prinzip mit dem dynamischen Fenster für Bilder und der markanten Schräge nach oben ist ein zentrales Element des Corporate-Designs des TCS. Und jetzt wird's bunt. Aus der reichhaltigen TCS-Bildwelt nehme man ein Bild und setze es in das Layout-Fenster. TCS-Bilder sind immer nah am Menschen und seinem alltäglichen Mobilitätsbedürfnis. Sie stehen für eine sorgenfreie Mobilität im Alltag, im Urlaub und in der Freizeit. Und was fehlt jetzt noch? Genau, die Schriften. Museo ist die Corporate-Schrift für Druckerzeugnisse. Für Office-Anwendungen kommt die Systemschrift Verdana zum Einsatz. Museo hat eine eher technische Anmutung und unterstützt damit den Expertenstatus des TCS. Museo wird gleichzeitig in zwei Schriftschnitten verwendet, was ein spannungsvolles Schriftbild und eine gute Lesbarkeit des Textes schafft. Man nehme Museo Slab für Headlines und Museo Sans für Lauftext. Und das war's. Kurz wiederholt. Man nehme die Primärfarbe Gelb, das bewährte TCS-Logo in 3D, das TCS-Layout mit der markanten Schräge, ein Bild aus der reichhaltigen Bildwelt des TCS, sowie zu guter Letzt eine gute Prise Museo in seinen verschiedenen Schriftschnitten Slab und Zon. So einfach und gelingt immer. Das Corporate Design des TCS. Ausatmen, das ist ein Bild aus der Reihe. Das ist ein Bild aus der Krise, das ist ein Bild aus der Kiste. das ist ein Bild aus derоздativen Bildwelt des TCS, So einfach und gelötet aus der Kiste dabei, Ausatmen, Vielen Dank.